Tag 6 Wir wachen wieder auf. Im Haus unserer Gastgeber. Ja, und sehen halt jetzt, wie die Kleidungsstücke unserer Schwester, die quasi ja nie unsere Schwester war, das Bild hat sich ja dann aufgeklärt, es war eine Schauspielerin, deren Autogrammkarte er halt hatte und ich denke mal die Kleidungsstücke, die wird er wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch das Schmuckstück nach und nach erworben haben und es mit seiner Schwester in Verbindung gebracht haben. Also wie er sich so seine Schwester als Erwachsene vorgestellt hat. Denn wie wir erfahren haben, ist sie ja als Baby oder Kleinkind leider Gottes verstorben, ertrunken, um genau zu sein. Goodbye, Betty. Er scheint jetzt die Wahrheit endgültig wohl, oder endlich, nicht endgültig, endlich anzunehmen. Unsere Ruhestätte hier in der Nacht, die unberührten Gegenstände aus dem Koffer, hauptsächlich Kleidung. Wir schauen nochmal in den Spiegel. Ja, wie er lebt und liebt und verändert. Es ist natürlich traurig, dass es, ja ne, also so, oder dass seine Schwester als Kind oder als Baby halt sterben musste, dass das dann der Auslöser war für den Tod seiner Mutter, die halt es nicht verwinden konnte, dass ihre kleine Tochter auf so tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist und, ja, der Vater, keine Ahnung, der hat sich ja dann auch umgebracht, ob letzten Endes, weil er mit dem Verlust von Tochter und Frau nicht umgehen konnte oder warum auch immer, das haben wir nicht in Erfahrung bringen können, zumindest bis jetzt noch nicht. Keine Ahnung, ob wir vielleicht doch noch jetzt ein bisschen was erfahren an diesem sechsten Tag oder ob sie einfach nur noch ums Abschied nehmen geht. Und ja, Alice hat sich ja schon vor ein paar Folgen als Fantasiegestalt herausgestellt, genau wie dieser seltsame Engel seine ständigen Begleiter, wie er sich so herausgestellt hatte dann halt im Laufe der Geschichte, die aber letzten Endes ja für ihn auch nur eine Krücke waren, wenn man so will, um, ach das Alice wieder, um halt mit der Situation, in der er sich, ja, wir sind wach, ja, letzten Endes halt nur noch eine Fantasiegestalt waren, mit der er versucht hat wohl, ja, zu überleben, letzten Endes, wenn man so will, die er brauchte, um in seinem Leben, das er bis jetzt so geführt hat, überhaupt irgendwie klar zu kommen, zu funktionieren. Und sei es auch nur, um, ja, in Bezug auf seine Suche nach seiner nicht mehr lebenden Schwester oder seiner Schwester, die schon lange, 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 lange Zeit tot ist, irgendwie ja klar zu kommen, dass das irgendwie durchzuhalten. Wir setzen uns mal einen Moment. Fertig noch mal eine Zeichnung an, beziehungsweise die haben wir ja schon mal gemacht. Ergänzt der vielleicht irgendwas? Wir schauen mal. Das Journal haben wir ja schon lange nicht mehr aufgerufen. Ja, bitte, die Fragezeichen, ja, die Geschichte hat sich ja jetzt aufgeklärt. Da hat die bimmelnde Glocke, der Handschuh. Das Feuerzeug, was wir gefunden haben, also das er halt gefunden hat. Ah, okay, da haben wir die Zeichnungen zu den Ereignissen auf unserem Weg zur Mine. Die beiden Daten, die Geburtsdaten von Fredericks Frau und seinem Sohn. Ähm, der Brief. Und hier das Hinterbett. Und Ruß, da gehe ich mir gar nicht stark davon aus, dass es das halt ist. Mehr haben wir aber jetzt hier nicht. Okay. Gut. Wir gehen nochmal in Rußzimmer. Oh, Moment. Was, das ist das? Aber hier dürfte sich nichts Neues ergeben. Oder vielleicht doch die Puppe platzieren. Ja, das macht Sinn. Die jetzt wieder vollständig ist. Da wir ja den Kopf gefunden haben. Doch, gut, dass wir das gemacht haben. Eine schöne Geste auf jeden Fall. Ja, Ruß. Ruhe in Frieden. Was ihm mal letzten Endes dazugestoßen ist. Unfall oder Mord. Ich tippe mal auf Unfall. Irgendwas muss sie in der Mine aber erschreckt haben. Sie ist gerannt, gerannt, gerannt und dann über die Kücke stürzt. Was sie in der Mine erschreckt hat. Ich fürchte, dass wir aber wohl nicht mehr aufdecken. Hier kommen wir jetzt nicht mehr rein. Was vielleicht auch besser ist. Lediglich das Gästezimmer können wir ja wie immer betreten. Aber hier halt nichts weiter machen. Okay. Ja, also die Geschichte, also die Puh, die ist ziemlich heftig. In jeglicher Beziehung. Sowohl sein Schicksal als auch das Schicksal der Gebrüder. und ihrer Familien. Und natürlich das Schicksal der Menschen hier. Im Dorf. In diesem kleinen Küstenort hier. Mitten im Nirgendwo. Und wir gehen mal nach draußen. Können wir noch mal ganz kurz in die Küche gehen. Einfach uns hier auch von der Küche zu verabschieden. Aber hier haben wir ja auch soweit alles erledigt. Hier können wir nichts mehr machen. Okay, dann gehen wir mal raus. Und reden mit Alice. Okay, dann werden wir vielleicht doch noch herausfinden, was mit Ruth passiert ist. Äh, ich konnte von oben sehen, dass wir hier irgendwas an dem Brunnen machen können. Zeichnen, ja gut, das ist eine gute Idee. Das machen wir auch. Eine wohl letzte Zeichnung. Die wir hier an diesem Ort anfertigen. Zumindest hier in dieser Gegend. Ja, 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 ja. Jetzt quengeln nicht wieder rum. Ich bin auf dem Weg, mehr oder weniger. Ja, 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 ich komme hier. Wobei, hatten wir nicht hier auch schon mal eine Zeichnung angefertigt? Nicht so ganz sicher. Ich denke, Gott, aber es geht nicht. Obwohl es mir gerade angeboten wurde. Hm. Nee, er will nicht. Na gut. Ja, Mann. Alice, jetzt ist es aber gut. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich komme. Eigentlich wegen Betty. Vielleicht wegen Gravig? Ja, irgendwas ist sowas aufgeschnappt. Ich bin ein Mann von Friedrich. Der, der du gefunden hast, ist in der Sicherheit. Von Boston. Ich habe vielleicht gehört, eine Gespräche irgendwo. Ich habe keine Ahnung, aber der Name stuck. Und Betty... Und ich habe eine Geschichte über ihn gemacht, die uns auf diesem Weg gebracht. Du wirklich glaubst das? Ich meine, wie oft bist du mit der Leute? Ich bin ein Mann von Wissenschaften. Ich weiß nicht was, was ich glaubst. Und trotzdem, hier sind wir. Wir sind alle drei von uns. Ist das, was du mir wollten zeigen willst? Ich wollte, dass sie nahe zu sein sein. Glaubst du in Gäste, Edward? Du weißt, dass ich nicht. Du hast einen schon seit Jahren geholfen. Das ist anders. Was für mich? Wir? Du bist nicht Gäste. Du bist alive. Fair enough. Ich vermute, ein Unfall. Er weiß, dass es vielleicht äthropisch ist. Zufällige Ereignisse schließen sich zu einer ungewohnten Lawine zusammen und zerstören die Leute. Ich weiß nicht, ob es ein Erkrank war. Wie? Was hat sich passiert? Dein Wissens ist so gut als meine. Okay, sie rief aus der Minde und kam hier. Und dann... Das ist die Frage. Es hat irgendwas mit der Minde zu tun. Also sie floh vor jemanden. Daran glaubt er noch immer. Denn die Alternative... Und sie panicked. So sie ran... hier. Why not home? Sie couldn't go home. Oder sie didn't want to. Sie fühlt safe hier. This was her... happy place. Und dann... If only Ruth had wings. Like an angel. She could have flown straight to Heaven. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Sie ist einfach fort. Er glaubt nicht ans Jenseits. Er schaut in die toten Augen seiner Mutter. Er sah die Schusswunde im Schädel seines Vaters. Und er wusste damals, dass der Himmel eine Lüge ist. Sie sind tot. Ich glaube nicht, dass es nichts mehr zu tun ist, als das. Aber es gibt Komfort in der Oblivion. Und wir werden nicht alleine sein. Wir werden nie wissen, was zu allen in Grovik passiert. Wir haben unser Bestes gemacht. Wir werden sie erinnern. All of them. Vielleicht wird das ihnen ein wenig Frieden in der Oblivion geben. Können Sie das dein Buch, Edward? Das, was du willst schreiben? Eine Geschichte über Menschen, die sich isoliert haben. Die Menschen verlassenen von der Welt. Du kannst ihnen alles ein richtiges Ende. Mit keinen schrecklichen Schrauben. Edward! Das ist das... Ein Boot? Aber wie? Warum? Wer geht's? Los geht's, bevor es auf eine andere Reise geht. Ich verstehe nicht, wie es das sein kann. Draugen fühlt sich um ihn herum und hat ihn zurückgebracht. Es ist wohl der Wind. Alles, was hilft dir, Teddy-Bear. Lass blöse, während das Wetter noch gut ist. Ich brauche mein Stuhl-Case. So geh ein Wiggle-On, old boy. Ich werde meine Glückwunsch zu anderen Dingen sagen. Ich glaube nicht, dass wir zurückkommen. Ich habe dich in dem Haus. Mein Gott. Ah, richtig gut. Keine Angst. Wir haben jeden Tag. Ja, wollen wir uns mal hoffen, dass wir noch den ganzen Tag haben. Komm ich hier noch mal rein. Ja, Kindermörder, meine Güte. Ja, Kindermörder, meine Güte. Ich habe dann Hose Butter gelesen. Und da wird ja eine Elisabeth erwähnt. Hatte sich das auch nur eingebildet, das da gestanden hat? Auch der Brief, ne? Da geht's ja dann auch darum. Ja, ganz offensichtlich. Das muss irgendwie alles Teil seiner Fantasie gewesen sein in Bezug auf Betty. Anders ist das nicht zu erklären, glaube ich. Okay, das ist die Zeichnung, die wir da angefertigt haben. Ähm, genau. Gut, Moment. Er hat die Leute angeschrieben bezüglich seiner Schwester. Und, äh, sie sagt ja hier nur, dass, äh, sie noch nicht eingetroffen ist. Äh, noch nicht, äh, also noch nicht in den Grafik angekommen ist. Und, äh, dass sie sich halt, äh, darüber freut halt, ähm, wenn sie auftaucht, beziehungsweise wenn auch er hier hinkommt. Okay, genau, genau, genau. Sie haben die Schwester ja nie kennengelernt. Logischerweise. Okay, so rum wird ein Schuh draus. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg, um den Koffer zu holen, bevor das Boot wieder alleine auf Reisen geht. Aber wir nehmen uns Zeit. Genießen nochmal diesen herrlichen Anblick. Ich meine, der Ort ist ja nun wirklich Entschuldigung, sehr idyllisch gelegen. Gut, sitzen will ich jetzt hier nicht nochmal. Wir schauen uns hier nochmal ganz kurz um. und gehen dann unsere Wege. Ja, das ist halt die Frage. Was, was hat sich letzten Endes in der Mine ereignet? Warum ist das Mädchen weggerannt, aus der Mine raus? hat sie hat sie hat sie wirklich von irgendjemandem dort aufgescheucht? hat sie sich selber irgendwie vor irgendwas erschrocken, was gar nicht da war? Eigentlich so von den eigenen Schatten weggerannt. Oder was war der Hintergrund? Und die Frage ist durchaus berechtigt. Warum ist sie nicht nach Hause gelaufen? Gut, das war dieser eine Ort da. Das war so ihr Lieblingsort. Das könnte eine Erklärung sein, dass sie dahin gelaufen ist, wo sie sich wohl gefühlt hat. Wo sie sich vielleicht auch sicher gefühlt hat. Hm. Auf der anderen Seite, sie war ja immer verschlossen irgendwie den Eltern gegenüber. Vor allem, ja, die Mutter sagte ja immer, dass sie sich immer mehr verschließt, dass sie nichts mehr erzählt, so in dem Sinne. Oder ich weiß nicht mehr so viel erzählt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, sie löst sich jetzt immer auf. Nachdem wir jetzt einmal akzeptiert haben, dass auch sie nur eine Fantasie ist, eine Einbildung. Ja, genau, das Bild brauchst du nicht mehr. Das Mysterium hat sich ja glücklich geklärt. Oder auch nicht glücklich. Aber zumindest wissen wir jetzt. Oder weiß etwas jetzt. Wieder die Wahrheit hat diese akzeptiert. Nach den ganzen Ereignissen hier. Und zu manch einer schmerzhaften Erkenntnis. Was mich jetzt umtreibt ist, wer ist Alice? Ist sie eine Person, die er mal kennengelernt hat? Und der er vielleicht mal irgendwann begegnet ist? Und die er dann halt so, ja, für sich so in den Beschlag genommen hat? So als Fantasie Gestalt? Oder ist sie wirklich eine reine, reines Fantasie Produkt? Möglich wär's. Ja, genau wie dieser Engel halt. Eine Art innere Zuflucht. Ja, 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 ja. Gut, wir verlassen diesen Ort, der uns unsere eigene Wahrheit gezeigt hat. Und, äh, ja, die Wahrheit des Ortes, was sich hier letzten Endes tatsächlich ereignet hat. Das bleibt wohl ein Bereich der Spekulation. Wir nehmen Abschied von Gravik. Edward macht sie auf den Weg nach Hause. Und seine Alice wird ihn wie immer begleiten. Mit diesen Bildern und mit den Credits verabschiede ich mich von euch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Mitschauen, fürs Miträtseln, fürs Mitleiden. Ich hoffe, euch hat, äh, äh, Daugen Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es hat, war so, äh, ein bisschen Berg- und Talfahrt, so der, in den, in den eigenen, ähm, ja, Erfahrungen, inneren Erlebnissen während des Spiels, ähm, aber ich kann diese Geschichte wirklich nur empfehlen, sie selber auch mal nachzuspielen. Ähm, es ist eine sehr, 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 sehr schöne Story, wie ich finde. Damit verabschiede ich mich von euch für dieses Let's Play. Vielen, vielen lieben Dank fürs Begleiten. Und, äh, sage wie immer, macht's gut. Genießt die Zeit. ? ? ? ? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.